Die Hollywood-Hands. Hoffentlich sind wir Polizisten, dann können wir die KC nehmen. Nimmt jeder die KC, wenn er sagt, die schlicht nicht geil die Warten. Ah, kommst du mit Public Viewing heute? Äh, ne heute nicht. Ich bin fertig wie's Brot. Würde auch gerne gehen, weil mir strömende Regen, Alter. Was ist denn da los? Ich trage mich nachher schön aufs Sofa und schlaf wahrscheinlich ein. Und schlaf wahrscheinlich ein. Ja, jetzt fahren sie schon alle durch die Straßen und Bluten mit Deutschland fahren. Ja, erst mal KC bei Ingenieur. Ja, kein Quatsch. Junge, weiß ich das für ein Polizisten, wie ein Fahrzeug drin sitzt. Guckt sie an, der fährt einfach gegen den Busch. Ach, bei dem Fahrzeug mit. Wie sieht das aus? Äh, Ingenieurwaffe. Richtig geil. Also da geht was. Ingenieurwaffe. Zweite Klasse. Ich sollte mal vielleicht das Nachtsichtgerät runterschnallen. Natürlich, von wohin. Was macht mir eigentlich schon wieder hier? Ich bin tot. Wir kamen von irgendwo, ich weiß es nicht. Ich bin tot. Einfach am Stüssel sein, das reicht schon. Ja, ja. Ja, ja. Ey, wahrscheinlich kann er über so eine kleine Minimauer nicht drüber klicken. Ja. So. Ich zahl da. Marvin kann sich nicht bewegen. Alles klar. Was kann ich mich nicht bewegen? Komm da. Der fliegt da jetzt voll rein. Wo sieht man eigentlich, wie viel Geld ich dabei hab? Ähm, unten. Du kannst zehn. Du kannst zehn Geld mitnehmen. Zehn Geld? Zehn Geld? Scheiß. Alter, wenn ihr es gerade... Okay, ihr seht es ja nach dem Video, aber mein Aimless war gerade so legendär. Also war gerade richtig geil, ja. Ja, 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 ja. Sagen alle, ne? Was hält der aus? Ey, aber ich fahr jetzt ins Bonkaren weg, ist mir egal. Ich muss schnell vorankommen. Sag, was halten die eigentlich alle aus, verdammte Scheiße? Na. Ja, ich hab ihn noch. Haha, Doppelkennen. Fuck. Ich hab keine Muni mehr. Ich hab keine Muni mehr. Ich bin einfach ein Held. Ich schlag mir mal, wie ich das Radium sehen kann. Flutzag schon mit dem 5K. Lohnt sich das Ziel, wisst ihr dort. Drauf. Ja. Nice Doppelkennen mit dem Colt. Alter, der Colt, der ist ja richtig pornurierös. Geil, Alter. Lecker nur. Ja, oder einer ab. Nein. Pass auf, die kommt ja auch von oben, gell. Was? Weil, wenn wir dort, wenn wir jetzt wissen, dass wir dort campen, dann kommen die Safer auch von da oben irgendwo. Also immer aufpassen. Oh, Mann. Ich weiß nicht, drei gab es nur mit 10 und ich sehe nicht schon raus. Nein, da kommt einer. Pass auf, da kommt noch mal einer. Da hab ich drauf irgendwie. Ja, was mach ich? Was mach ich? Ich sag doch, da kommt welche. Egal, töt' ihn. Leo, was machst du? Ja, wie soll ich aufstehen und dann? Ich hab ihn. Ich hab ihn. Safe, safe. Kein Problem. Egal, wir haben's ja jetzt wieder. Na, das ist auf dem falschen Platz, Mann. Wer werdet ihr, das ist andersrum? Ja, das ist andersrum. Das kannst du auch wechseln, gell? Du kannst Gadget wechseln. Ja, aber bei mir ist das so hässlich. Wie viele andere umstellen, Mann. Keine Ahnung, warum ich das so angestellt. Ich hätte, ich hätte erst Hardline und dann bedifizieren sollen. So. Oh, Mann. Oh, da kommt einer angesagt. Ey, jetzt eine Granate, die sitzt. Nur, nur wir campen jetzt halt hier oben. Und das Problem ist halt, da werden jetzt immer mehr kommen. Ja, ich brauch. Oh. Pass auf, oben ist safe einer mit dem Schutzschild. Aber ich hab den die ganze Zeit nur ein Schutzschild geschossen. Dort, wo sie vorher auch waren, dort oben an der Brüstung. Ja, hier sollte mir doch ein bisschen Deckung geben, Mann. Wenn hätte ich dir locker gehabt. Und ich hab Leo gesagt, da ist einer, weil ich da safe den nicht hab. Jedenfalls bin immer ich schuld. Halt's Maul. Ich war da vorne bei dem Auto. Da kam ein Van reingefahren. Da muss ich mich auch rufen, Mann. Achtung, Scharfschütze. Irgendwo, der hat unser Messier. Aufpassen. Ich renne jetzt da runter. Wir müssen da das Geld holen. Und wir müssen da oben oben schimmeln. Ja, gibt... Einer muss Geld holen. Und ich... Ja, wo bist du? Bist du safe? Und Achtung, unten beim Geld... Unten beim Geld sind viele. Schmeiß Granate runter. Ja, ja. Warte, ich passe hier auf, dass hier keine Durchgang halten. Okay. Was ist das hier für Raus? Das war Gas. Gas Granate. Auch komm, geht doch sterben, alle. Das siehst du ja gar nicht. Doch, das siehst du. Ja, Junge, der scheiß Italiener. Wie kommen die da immer hoch? Da geht eine Leiter hoch, Leo. Die Leiter läuft da hoch. Wurscht, der Typ. Pass auf, Granate. Da kommen sie wieder. Fuck! Der hat dich beide eliminiert. Oh mein Gott. Ja, ich spawne da, Mann. Ich wollte eigentlich unterblicklich... Das hat mir reagiert, Mann. Fuck, ich habe ihn nicht mehr bekommen. Da muss noch mehr und sagen, irgendwie neun ist auch noch... Wartet mal, ich kann... Wartet mal, ich kann... Wartet mal, ich kann Feiding mitnehmen. Ähm, ich kann Feiding eine Spawn-Station, glaube ich, mitnehmen. Ähm, Satellitentele... Er schafft eine Spawn-Begge. Dann können wir da oben nämlich immer spawnen. Ich habe die jetzt mal dabei. Dann können wir da oben nämlich immer leichter spawnen. Oder dort in der Nähe irgendwo. Ich glaube, da oben sind wir wieder welche. Achtung, Granate an der Treppe, falls ihr dort oben seid. Ich habe einen Vorschlag. Schieß doch einfach mal zurück. Was überleben die eigentlich mittlerweile? Das war doch früher so, dass du da einfach so schnell drauf gegangen bist. Ne, du bist... Du bist noch nie schnell drauf gegangen. Natürlich. Ne, ist ja ganz normales Battlefield. Die halten genauso viel aus, wie andere halt. Krass. Alle sind hier in dem Raum, Alter. Natürlich, verdammte Scheiß. Jetzt habe ich den nicht gesehen und bin... Ach nee, komm schon. Wo sind die? Immer noch oben an der gleichen Position wie wir gerade. Ach, die schimmeln jetzt genauso wie ihr. Renn. Ich müssen da wieder hoch. Sonst scheinen mir keine Chance. Ich habe von hinten die Tür aufgemacht. Ja, der Sniper da hinten. Der... 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 Den symetisch einen. Verdammte Scheiße nochmal Вы fahren hier, was machst du hier? Wir sollen hier, nein? Wir sollten nicht zu denen, die im Tresor fahren, weil die haben nämlich kein Geld im Tresor. Ja, ich weiß, ich will doch hier außen rum fahren, damit wir, guck mal, hier laufen die alle von den... Aber die haben nichts drin, oder? Ne, die haben nichts im Tresor. Da hinten. Achtung, da ist einer mit Schüpfchen. Natürlich, du trägege Wichse mit deiner schwulen Schrofflinde! Gibt's mir noch ein Headshot, was wirst du eigentlich von Noobkiller, verdammte Scheiße, nochmal. Was fällt dir eigentlich ein? Glaubst du, dass du irgendwelche Rechte mit deiner schwulen Schrofflinde irgendwelche Kills zu machen? Nein, also. Ich glaub's nicht. Richtiges Schwuchtelspiel. Mit deinem Schutzschild rumlaufen. Was glaubst du, was du für recht mit deinem Schutzschild hast? Wäre mal schön, wenn der mit mir nach oben kommt vielleicht das nächste Mal, weil der war nochmal irgendwann, aber ich weiß, pass auf. Ja, natürlich. Aber mich tült es immer der Gleiche, wenn man andere... Guck mal, und ich finde das so scheiße, dass man sieht, wie man hingestellt, wie ich es so gesagt habe. Oder hingestellt, und er schießt alles in meinen Armen. Und natürlich, wie werde ich denn das? Hey, von der Seite! Hey! 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 Hey!